Einen wunderschönen guten Morgen. Software, die ich persönlich sehr feiere, die empfehle ich auch unglaublich gerne weiter. Heute dürfen sich alle Leute angesprochen fühlen, die Hylissys noch gar nicht benutzen und deshalb noch zu ihrem Glück mit dieser hervorragenden Textverarbeitung gezwungen werden wollen. Ich streue aber auch so eine Handvoll Tipps ein, die selbst mir als tagtäglichem Nutzer noch neu waren.